Hallo und willkommen zurück bei C-Division, ja. Hallo, wir sind auch heute wieder nicht nah, nein, nein. Heute ist dabei unser Freund, der Jürgen. Der Jürgen? Der war doch bei der Wochenschau bei McWerbjerg, ne? Ich hab keine Ahnung. Der Jürgen? Der Jürgen kenn ich nicht. Ne? Ne, sagt mir jetzt nichts. Da ist irgendwas, das Piep. Achso, na, das Piep nicht. Das ist wunderbar. Hier ist... Ja, wacht da. Pull. Ich konnte nicht aufnehmen. Komm mit. Ohne sie, wären wir jetzt tot. Wir helfen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTR. Berteidigen, aha. Ja, vorne. Was? Da kostet noch mehr! Hopp! Hopp! Auf dem Weg. Hopp! Au, 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 au! Au, 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 au! Aua, au, au, fast tot, ey! Einen schießt nix. Ah, Fesky ist jetzt. Die trauen sich nicht. Flatsch hat es gemacht. Aber ich nehme ihn. Die RPK ist gar nicht so schlecht. Ich habe die Z-Z-R-Bin. Also steht jetzt nicht da, wie du die hast. Flatsch hat sie drin. Wie viel? Ein Schuss. Eine? Ja. Aua. Das war nicht deine. Danke. Auf sie kann man zählen. 30 Schuss. Die Horst. Ähm, P416. Achso. Ja. 6.000. Also Pipi Beisen mit 3.700. 7.300. Ja, aber die Streit wie Hulle. Oh. Aber so richtig. Na ja, dann lassen wir sie lieber. So, was haben wir hier noch? Ne, mein Satz. Ja. 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 Bla. Bla. Äh. Hey Mann. Ob du wohl schnell mal kommen könntest? Ich hab's ja zu. Das ist alles. Oh. Ups. Mensch. Da sind aber schon ganz... Du darfst mal nachrufen. Ja, da sind aber ganz schön viele gehabt. Ich weiß auch nicht. He. Höh. 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 Bombe. Granate. Ah de. Da war ein ganzer Arsch voll gerade. Oh. Arsch voll ist aber gut. Ja. Oh. Wieder falsche. Erste gedrückt. Wann da ums Eck stehen da 5, 6 Leute? Ja. Na komm schon so. Totzeit. Haben wir's vielleicht gestört. Das. Bei der Pause. Meinst du? Aber warum stehen die hinten draußen? Brauchen. Achso. Brauchen ist tödlich. Sieht man ja. Ja. Äh. 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 Du Arsch. Äh. Äh. Danke liebe JTF Officer, der mit uns bloß zugeschaut hat und immer bleibt. Natürlich schauen sie nur zu. Äh. Mittendrin statt nur dabei als Zuschauer. Achso. Hier sind Täschchen. Erste Taschen. Gummöö. Das sieht aus wie's Ghostbusters Haus. Kein ne Ahnung wie's Ghostbusters Haus ausschaut. Mit nePER. Das ist länger. So. Junvoor. Und Ghostbusters Auto steht da drin. Ja. Stimmt. Ghostbusters. Dранere. das ist ja noch mehr kisten drin allen ecken und hier oben noch doch und noch ein komisches heft nöckte frauen drin überlebungsheft also eher nicht überlegung überlebung und nix nehmen super ganz wichtig selbst wieder geschichte gar nichts erzählt unmöglich die halbe munition hier schon verschossen was macht denn er hier ja der knoppt den aber der ist doch schon dort wurde macht er das hat er sich was ich ja es sind leider leben ist es ein hauchschub mission wo ja heißt wieder waren das sind vielleicht zum nächsten oder ja schnell da muni schon wieder leer das ist ein anderes wenigstens nicht über irgendwelche häuser und dächer vielleicht von der letzten folge wenn ich sie schon gesehen hat bestimmt stimmt die sind ja nicht draußen aber wenn die hier draußen ist ja stufe 16 irgendwie irgendwie tasche ja moment wie er pieten von der bombe oder einer geschossen hier drüben das haben wir gesagt macht das ja von einer war nichts Ich hab da aber nicht hingeschaut. Die haben einfach auf mich geballert, die da reingelaufen sind. Achso. Das sind ein paar Kiste da. Ja, ich seh's. Ah, da ist ein Handy. Das hab ich schon. Hier ist, glaub ich, wo ist denn... Ah, die Kiste ist doch da drin. Ach hier. Ein Tascherl. Hier ist auch noch eine Kiste. Ah, ich bin voll. Warte. Mit Munition? Oh, Strategiepaket. Munition wäre ja jetzt schlecht. Ja, aber... Kann ja nicht alles haben. Gefahrguthandschuhe. Naja, wer es braucht. Ja, ich hab ein... Das ist toll. Hier war ein Rucksack gekommen. Ganz wichtig. Jo. Zeig natürlich. Hier war, glaub ich, noch was für mich. Nö. Äh. Fertig. So. Nächste. Ah, hier ist gleich ein Kampf. 500 Schuss habe ich noch. 560. Uy. Alles nicht viel, ja? Nö. Ich bin der Pazifist. Ah, Pazifist. A Pazifist. A Pazifist. A Pazifist. War nett, Echo jetzt nett. Ups, die lade ich euch, oder? Ja. So. Interaktieren. Hier in Täschle. Hier ist Munition. Hier drin. Hier drin. Wir brauchen Hilfe bei der Bergung. In dem Revier hier. Aber wo? Ach da. Große Riesenkiste. 500 verbraucht. 400. Ich glaub, hier sind ein paar Fahndungsbilder. Dezent. Vielleicht haben das die Mitarbeiter, die an dem Spiel gearbeitet haben. Stimmt. Missing Personen, ja. Oh, sind wir nicht immer mehr hier hinten. Naja. Ich trifft mich nicht. Oh, da hat der Toder JTF Officer mit, ne? Handy im Mund. Das ist cool. Hier ist ein IQ. Na, dem haben sie Fernbedienung. Und die Groschneider. Nur fürs Plündern. Mein Gott. Nichts Schlimmes. Und man fährt schon wieder auf mich. Runter, runter, runter. Was? Du bist da hinten. Ach so nahe Aussage vom Revier wird geballert. Kuss Mauer, der hat die Fernbedienung inhaliert. Haha, stimmt. Da draußen, da wird geballert. Stimmt. Na, jetzt kann er auf jeden Fall leichter umschalten. Ja, hast die Hände frei. Ja. Für andere Sachen. Zum Beispiel Brotzeit machen. Schokolade essen. Ja, Sandwich machen. Ja. Aber wir müssen jetzt eh raus. Ja. Ja. Dann gehen wir mal raus. Ja. Der El-Präsident der sprechen. Jetzt auch raus hier. Jetzt auch raus hier. Jetzt auch raus hier. Jetzt auch raus. Ich würde drei Kugeln, die ich gerade verballert habe. Ja. Ja. Aber 9. Ui. Gut ist so cool das. Ja. Auf die kommt es an. Ja. 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 Ja und sie fängt mitfällt. Aua. Die hätte es nicht Florida sein können. Sr.: Please, gimme's am Bäcker. Ah, die sind da vorne eh beschäftigt. Da muss es denn hinschlippen. Das ist eine gute Frage. Sie war es eigentlich gar nicht. Sagt sie mich nicht so. sehr gut gemacht sehr gut macht ihr das wunderbar schießen sogar unsere aber treffen das stimmt aber sie schießen das ist unnütz wie grob ins schießen aber nicht treffen wo ist denn hier das damit sagen wir ein ach dahinter hinter dem haus ist es doch abgebildet ja das ist immer mit dem baseballschläger auf einzuren die genade granate gedroppt du bist geschmissen hier habe ich danke bitte mein Name war ich verrückt was ist denn mit dem da vorne noch hinter uns sniper oder warst das du nö da ist nix jetzt kommen wieder welche ich nehme jetzt mal einen mit warum hat er so langsam ich habe keine ahnung ich weiß es nicht vielleicht ist er schwer der arme mensch muss so viel schleppen ich eile ich renne siehst du es eventuell bei eilen ist in meine augen dass wir die people stone ob war abknallen mit das ist ja der eigene was macht der nähe schon und hier kam die karte mäßig auf mich zu wir haben im base dieser offensiv war ist doch klar achso ist ja nur noch wer hier ach 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 Der eine Typ rennt hier vor. Oh oh. Ups. Ich habe es noch piepsen gehört. Was piepen? Ja, die Bombe hat gepiept. So, jetzt ist Feierabend. Hier ist ein bisschen Loot. Oh, weil mir sogar noch ganz hervorragend ist es noch kurz. Wie weit hinten hat er ein Dieb abgewollt worden? Hi. Schön, Sie mal wieder zu sehen. Da waren wir doch gar nicht. Nö, aber es waren von uns welche auch dort. Vielleicht haben die das gemacht. Aus für sieben. Oben war auch noch was im ersten Stock. Ein bisschen was. Ein bisschen Loot muss sein. Bedürfte ich ja. Ein Ersehilfe-Kit. Jawohl. Soziale Art erledigt heute. Ich habe ihr Ersehilfe gegeben. Sie hat mir abgesägte Schrottflinde gegeben. Ist doch okay, ne? Ja, das ist echt nur so ohne. Guter Tausch. Ja, finde ich auch. So, kommen wir dann zweitens. Ja, gut. Das war es mit diesem Gehig schmissen haben. Unmöglich, die Leute. Aber es ist nicht gescheit aufräumen. Ich meine, es ist die Treppe verbarrikadiert. Ja, deswegen musst du halt außen rum. So, dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal.